Um sich als Kursleitung in der VHS-Cloud zu registrieren, ruft man die Seite www.vhs.cloud auf. Hier wechselt man auf den Reiter für Kursleitungen und Mitglied werden. Nun kann man sich vorab informieren, was die VHS-Cloud bietet und startet den Registrierungsprozess mit einem Klick auf Jetzt als Kursleitung registrieren. Vorab sollte man sich die wichtigsten Informationen zur Volkshochschule geben lassen, unter der man sie in der VHS-Cloud findet. Nun müssen alle Pflichtfelder bis zum Feld E-Mail-Wiederholung ausgefüllt werden. Dabei schreibt man dem Administrator der VHS eine kurze Nachricht, zum Beispiel mit wem man die Registrierung besprochen hat. Die Felder Benutzername, Login sowie Angezeigter Name werden vom System automatisch ausgefüllt. Am Ende sollte man die AGBs und die Datenschutzerklärung genau lesen und das Einverständnis mit Klick in die jeweiligen Checkboxen erklären. Abschließend erfolgt ein Klick auf Registrieren. Nach erfolgreicher Registrierung wird dies im Browser angezeigt. Im persönlichen E-Mail-Postfach findet man jetzt eine Registrierungs-E-Mail vom Absender VHS-Cloud. Gegebenenfalls bitte unbedingt den Spam-Ordner prüfen. Alle E-Mail-Programme auf PC und Smartphone bieten eine Suchfunktion an, meist in Form eines Lupen-Symbols. Hier einfach VHS.cloud eingeben und die gesuchte Mail wird angezeigt. Diese E-Mail sollte gespeichert oder ausgedruckt werden, denn sie enthält die kompletten Login-Daten für die VHS-Cloud. Wenn der Browser noch geöffnet ist, oben rechts auf Zur-Cloud bzw. Einloggen klicken und hier die zugesendeten Login-Daten und das Passwort eingeben. Achtung! Das Passwort ist nur für das erste Einloggen gültig. Während der ersten Anmeldung wird man unmittelbar aufgefordert, ein neues Passwort zu vergeben. Das neue Passwort gut verwahren. Wurde die Registrierungs-Mail zum Abheften ausgedruckt, kann man es hier gleich notieren und das alte Passwort streichen.